So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Warframe. So, wir machen weiter auf den Mars. Wir machen Wahiba und zwar überleben müssen wir hier. Schauen wir uns gleich mal an. Prime Master hat WTFX während des Konfliktes um Wahiba besiegt. Was auch immer das immer bedeutet. Wir müssen auf jeden Fall überleben. Was wir da allerdings machen müssen, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir bald fertig mit dem Mars und ich hoffe, wir kriegen bald. Und diese komischen Elektrochips, die ich brauche für meinen Nachwink. So, was ist da jetzt? Was ist denn das für ein Scheißdreck? Du musst die Koffer für eine Lone-Tenno-Operative. Setz die Alarmen und bleib die Infested. Also, okay. Ähm, da hinten. Gut. Na dann, gehen wir's an. Das ist aber schon uhrlang nicht mehr gemacht. Jupp. Lebenserhaltungssysteme. Ja, komm her da. Nein, ich brauche keine Sniper-Munition und auch keine Credits. Ich brauche jetzt da nur noch diese depperten Elektrochips da. Ja, kommt's her nur. Ich muss zu diesem gelben Ding da oben, glaube ich, und das aktivieren oder sowas in der Art, damit die Typen, die da halt rein wollen, Leben kriegen. Irgendwie so verstehe ich das. Ich weiß es nicht mehr. Wurscht. Credits, credits, credits. Nur Credits. Ich brauche keine Credits. Äh. So, das ist aktiviert, glaube ich. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. So, wir gehen... Verpisst euch jetzt da. Ja, ja, ja. Ich bin ja gerade unterwegs dorthin. Siehst du das nicht? Ja, es passt schon. Ist noch eins da oder noch nicht? Ich brauche diese gottverfluchten Chips. Deswegen mache ich das eigentlich. Damit ich meinen scheißverfickten... Entschuldigung. Meinen gottverfluchten Achwing endlich bauen kann da. Na, lasst noch eins fallen oder nicht mehr. Diese komischen Lebenserhaltungs-Scheiß-Dreck-Dinger da. Geht bereit für eine Kapsule. Jo, mache ich. Das ist unglaublich, wie viel ich da wegschnitze. So viele Gegner gibt es gar nicht. So, ist halt jetzt die Frage, ob ich oben oder runter muss. Ich nehme einen runter. Ja, okay, passt. Ja, ich weiß es. Ich bin ja gerade unterwegs dorthin. Immer nur schreien, wirklich. Credits. Credits. Nein, ich brauche keine Credits. Ich brauche diese komischen Schaltkreis-Scheiß-Dinger da. Ich glaube, ich muss da rauf. Komme ich denn da rauf? Da. Da scheint mir ein geeigneter Ort zu sein, um hier raufzukommen. Sehr gut. Ach so. Doch nicht. Ah, da nach hinten. Das nehmen wir mit. Da hinten ist es ja. So, ihr schleicht euch jetzt mal da. Ich würde das gerne in Ruhe aktivieren. Ohne dass ihr mir auf die Nerven da geht. Danke. Und aktiviere. Ja, mache ich gleich. Boah, schön, wie ich ihn in den Kopf abgeschnitten habe. Ah, Erfahrungspunkte. Das habe ich auch immer gesagt, oder? Bei dem Spiel. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es ist schon zu lange her. Da ist es. Ja, geht's noch nicht los. Ah, ich bin vergiftet. Die Extraction ist bereit. Die Raid ist off, bis ein erfolgreicher Start. Alter, raus hier. Bin ich noch vergiftet? Nein, Gott sei Dank nicht mehr. Ich kriege alles, nur nicht das, was ich eigentlich brauche. Das finde ich sehr nett. Und Unmengen an Credits habe ich jetzt gekriegt. Unmengen an Credits. So. Wir verpissen uns. Wir gehen raus aus der Mission. Wir sind fertig. Jetzt beginnt es wieder mit den Kurzmissionen hier. Geh weg da. Das ist jetzt zwar schöne Erfahrungspunkte, aber was bringt mir das? Ich habe gedacht, ich kann gehen. Naja, mir ist wurscht. Den machen wir noch und dann schleichen wir uns. So, unter mir. Unter mir. Achso, das ist noch auf dem Weg daher. Der Lebenssupport hat hergekommen. Der Lebenssupport hat gegründet. Alter, ich bin raus da. Das wird mir zu heftig. Er hat schon die letzte Mission gereicht. Erfahrungspunkte. So, raus jetzt. Raus, 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 raus. Einfach raus. Raus, 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 raus. Mir. Ah, da. Das nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Da können es nämlich auch drinnen sein, diese Jeeps. Das interessiert keinen mehr. So, unter mir. Alles cool. So, Lebenssupport können wir ja noch einmal machen. Sollte... Ja, 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 ja. Ich habe ihr gerade gesagt. Das eines können wir noch machen und dann verpissen wir uns. Oh, das ist schon wieder urweit weg. Oh, das ist ja ganz am anderen Ende war das. Na, Alter. Na, dann aktivier mal. Perfekt. Ich sollte dich anwenden gehen. Ja, 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 ja. Aber jetzt gehen wir fix. Jetzt gehen wir fix. Aus jetzt da. Ich spiel mich immer zu lang mit denen. Geh weg da. Du auch. Das sieht doch keiner mehr. Reservemagazin, okay. Nein, 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 nein. Das will ich auch nicht. Und gib Gas, Tenno, ja. Nein, jetzt reicht's mal. Ähm, wie, wo, was. Äh, es zeigt mir an, dass ich hier rein soll. Ah, hier runter. Okay. Der Live-Support kam mich kreuzweise. Ich verpisse mich jetzt raus. Ich hab gesagt, ich geh jetzt und jetzt geh ich auch. So, da sind wir schon. Und schwuppdiwupp. Weg hier. Mission complete. Excellent work, Tenno. Danke. Danke. Schnellauslöser. Uh, viele Karten hab ich schon wieder gekriegt. Bonus-Kredits. Zeit, neun Minuten. Missions-Kredits. Gesamt-Endo, keine Ahnung. Und Bergungsgut. Ich kann leider Gottes das nicht bauen, was du willst. Mein liebes Spiel. Ich hab diese depperten Chips nicht. Hitze-Schwert. Okay. Na gut, dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Aber allerdings erst im nächsten Part. Ich werde da ein bisschen jetzt lesen. Das blinkt noch, das blinkt noch. Aber dafür brauche ich den Achwing. Und das blinkt auch noch. Was ist das? Aha, okay. Besiege Lieutenant Lech irgendwas. Besiege den Sergeant of Ilda. Keine Ahnung. Können wir uns anschauen im nächsten Part. Bin gespannt, ja. Ansonsten wünsche ich euch was. Macht das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler. Aber bewehrt ... Untertitelung.